heute dreht sich alles um das thema rektusdiastase und ich zeige dir in diesem training wie du deinen spalt schließt wir trainieren unseren korsett muskel da liegt wie ein band um unsere taille unsere obere und untere seitliche bauchmuskulatur die geraden bauchmuskeln lassen wir noch komplett aus so stärkst du deine körpermitte schließt deine rektusdiastase und bereitest dich perfekt vor auf alles was danach kommt also lass uns in rückenlage starten leg dich ganz vorsichtig über die seite auf deine matte stell deine füße auf und atme hier noch mal durch die kommenden 15 minuten gehören nur dir und deinem körper wir fangen hier erstmal mit einer ganz kleinen fokussierung an und zwar stell dir jetzt vor du legst einen ganz kleinen ball in deinen bauchnabel atmest hier ein und bei der ausatmung probierst du mit deinem bauchnabel diesen ball festzugreifen und nach innen zu ziehen leg jetzt mal deine hände um deine taille und jetzt spürst du bei dieser anspannung deinen korsett muskel und das ist hier der wichtigste muskel den du trainieren musst um deinen spalt zu schließen einatmen alles entspannen ausatmung mit dem bauchnabel den ball greifen nach innen ziehen alles wird fest automatisch drückt dein unterrücken in die matte und das ist hier wirklich nur eine ganz kleine bewegung mach jetzt noch ein paar wiederholungen in deinem atem rhythmus einatmen entspannen das gerne deine hände an der taille ausatmung fokussiert deinen ball ziehen nach innen macht ein korsett muskel richtig schön fest und jetzt gehen wir hier ein schritt weiter und nehmen noch deine untere seitliche bauchmuskulatur mit rein einatmen alles entspannen ausatmung korsett muskel anspannen körper mitte ist fest und jetzt zieh dein linkes knie zu dir ran hebt also dein bein angewinkelt einatmung fuß wieder abstellen alles entspannen ausatmung aktivieren anspannen rechtes knie ran ziehen sehr gut und in deinem atem rhythmus gönnst du dir jetzt hier noch ein paar wiederholungen so Und jetzt wollen wir auch noch unsere obere schräge Bauchmuskulatur mit dazunehmen. Bleib hier einfach in Rückenlage, atme ein und bei der Ausatmung aktivierst du jetzt alles, spannst alles an, Anspannung halten. Bei der Ausatmung ziehst du dein linkes Knie zu dir und deine rechte Schulter strebt jetzt dazu. Also aktivierst hier deinen oberen rechten seitlichen Bauchmuskel. Einatmung lösen, Körpermitte bleibt aber fest. Ausatmung, rechtes Knie heben und linke Schulter strebt zum rechten Knie. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr willst, heb zur Schulter noch ein bisschen deinen Kopf. Und genau so gönnst du dir jetzt in deinem Atemrhythmus noch ein paar Wiederholungen. Dann gönn dir hier noch eine Wiederholung. Wir bleiben in Rückenlage, deine Körpermitte bleibt fest, Korsettmuskel ist aktiviert, angespannt, Bauchnabel zieht nach innen, untere Rücken presst in die Matte. Einatmen hier, Ausatmung, linkes Knie heben und deine rechte Hand presst gegen dein linkes Knie. Einatmung, Körpermitte bleibt fest, Fuß wieder abstellen. Ausatmung, rechtes Bein heben, linke Hand presst gegen dein rechtes Knie. Seitliche Bauchmuskulatur ist hier aktiv. Wir gönn dir jetzt hier noch ein paar Wiederholungen und dann gehen wir wieder einen Schritt weiter. Ausatmung, Körpermitte bleibt fest, Fuß wieder abstellen. Atme nochmal durch und jetzt heben wir hier vorsichtig beide Knie, kommen also in Tabletop-Position. Deine Körpermitte ist fest. Stell dir nochmal vor, dass du wirklich mit deinem Bauchnabel den Ball nach innen ziehst. Dein Korsettmuskel ist angespannt. Einatmen hier und bei der Ausatmung drück deine rechte Hand gegen dein linkes Knie und dabei führst du deinen rechten Fuß Richtung Boden. Das heißt, wir nehmen noch viel mehr die untere Bauchmuskulatur mit rein. Einatmung, beide Hände liegen wieder auf dem Boden, Knie zusammen, Ausatmung, linke Hand presst gegen rechtes Knie und linker Fuß tippt auf den Boden. Ich weiß, klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber wenn du hier einmal drin bist, ist es super easy. Hier kannst du jetzt gerne auch ein bisschen schneller arbeiten in deinem Atemrhythmus. Dann gönn dir hier noch zwei Wiederholungen. Und dann fokussieren wir uns jetzt auf deine untere Bauchmuskulatur. Stell deine Füße auf, aktiviere deine Körpermitte, spann deinen Korsettmuskel an, der Bauchnabel zieht nach innen, unterer Rücken presst in die Matte, leg deine Hände entspannt auf. Einatmen hier, Ausatmung, slide mit deinem linken Fuß nach vorne, leg dein Bein kurz ab und dann zieh es wieder ran. Einatmen hier, Ausatmung, slide mit deinem rechten Fuß nach vorne, leg dein Bein kurz ab und dann wechsel wieder die Seite. So. Musik 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 Und dann gehen wir hier noch einen Schritt weiter, stell deine Füße auf, atme ein hier und bei der Ausatmung zieh deine Hüfte nach oben, deine Hände pressen neben dir in den Boden, aktiviere hier deine Körpermitte, wir trainieren jetzt gleichzeitig auch noch unsere untere Rückenmuskulatur und wir machen jetzt in dieser Bridge-Position weiter mit unseren Heel Slides, das heißt Körpermitte ist fest und abwechselnd slidest du vorsichtig mit einem Fuß nach vorne. Musik 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 Gönnt ihr hier noch zwei Wiederholungen? Musik 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 und dann halte nochmal oben, Hüfte strebt Richtung Decke, deine Körpermitte ist fest und jetzt hebst du deine Arme, hältst hier und atmest, alles ist aktiv. Musik – Musik langsam. Perfekt. Komm jetzt auf deine linke Seite. Wir kommen jetzt hier in einen Seitstütz. Stell deinen rechten Fuß nach vorne ab, positionier deine linke Schulter direkt über deinem linken Ellenbogen und drück dich dann nach oben. Aktiviere hier deine Körpermitte. Dein Korsettmuskel ist fest und wir trainieren jetzt deine linke seitliche Bauchmuskulatur. Entweder hältst du nur hier oder bei jeder Einatmung, kommst du mit der Hüfte Richtung Matte. Ausatmung, Hüfte strebt vorsichtig nach oben. Einatmung absenken, Ausatmung, Hüfte nach oben ziehen. Gönn dir hier in deinem Atemrhythmus ein paar kraftvolle Wiederholungen. Dann gönn dir hier noch eine Wiederholung. Und dann wechseln wir einfach nur die Seite. Stell deinen linken Fuß nach vorne ab, deine rechte Schulter positionierst du in einer Linie über dem rechten Ellenbogen. Komm hier in dein Sideplank. Und entweder hältst du nur hier, deine Körpermitte ist fest und wir arbeiten intensiv an deiner rechten seitlichen Bauchmuskulatur. Oder bei jeder Einatmung senkst du deine Hüfte ab Richtung Matte. Und bei der Ausatmung ziehst du sie nach oben. Ganz kontrolliert und vorsichtig. Ausatmung, Gäste. Ausatmung, Gäste. dann könnt ihr hier noch eine wiederholung komm in deinen Schneidersitz, schüttel mal deine Handgelenke aus und wir kommen jetzt schon zu den finalen Übungen im Vierfüßler und die Übung mach bitte nur, wenn deine Rektusdiastase nicht breiter als zwei Finger ist, ganz wichtig positionier die Schultern über den Handgelenken, dein Gesäß über den Knien aktiviere hier deine Körpermitte, konzentriere dich auf deinen Korsettmuskel dann streck dein rechtes Bein nach hinten aus, atme ein hier und bei der Ausatmung zieht dein rechtes Knie Richtung linker Ellenbogen Einatmung, streck wieder dein rechtes Bein Ausatmung, wenn du mehr willst, ziehst du das Knie bis zum Ellenbogen und berührst hier Du entscheidest, ganz entspannt Bleib hier ganz stark in deiner Körpermitte Dein Nacken ist lang, dein Rücken ist gerade und dein Bauchnabel ist drin und arbeite hier mit deiner Rotation an der Schließung deiner Rektusdiastase Dann gönnt ich hier noch eine Wiederholung Und dann wechseln wir hier nur die Seite Einatmung, linkes Bein nach hinten ausstrecken Ausatmung strebt Richtung rechten Ellenbogen Und wenn du hier mehr willst, berührst du einfach mit dem Knie deinen Ellenbogen Perfekt Dann gönnt ihr hier noch eine Wiederholung Und dann löse auf Sehr gut Setz dich nochmal mit mir hin Atme nochmal durch Leg deine Hände auf deinen Bauch Und spüre nach Ich bin super stolz auf dich Dass du dir heute die Zeit für dich und deinen Körper genommen hast Dieses Training kannst du super gerne anstatt Teil 2 meiner Rückbildung machen Oder einfach im Wechsel Und dann bleibt es schön spannend Danke für deine Zeit Danke für deine Power Bis zum nächsten Mal Deine Kaya Deine Kaya Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal